Ja Freunde, da sind wir wieder zu Araya. Ich muss das ja hier zu Ende bringen. Manche sagen jetzt wieder, oh ja, jetzt gucken wir wieder zu, wie der Hero sich hier total nass macht in der Hose. Ich weiß nicht. Ich würde es vielleicht wieder 20 Minuten durchstehen. Es reicht mir dann auch immer. Wir haben jetzt schon wieder einen Bulls. Ei, ei, ei. Da standen ja irgendwo im Fahrstuhl. Hallo? 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 Ja, ja. Hallo? 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 Ich bin am Stil. Hallo? Ich will hier nur noch durchkommen. Das ist mein einziges Stil. Die Story ist mir scheißegal. Wir haben jetzt wieder so ein komisches Buch finden. Wir können uns wieder sowas von langsam drehen, dass es schon wieder fast geil ist. Gutes Toilet. Ja, na klar, machen wir doch. Oh, nö. Fahren wir doch ihn nach dem Weg. Jetzt geht er einfach weg. Ich glaube, der hatte nur einen halben Kopf. Hier liegt wieder so ein lustiger Zettel. Kommen wir da rein? Natürlich nicht. Ah, und wir wollen nochmal schnell laufen. Ah ja, so. Das macht Sinn. Da kommen wir nicht rein. Können wir da was aufmachen? Das ist jetzt wieder einer auf dem Scheißhaus. Was haben wir hier? Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Der passt bestimmt da hinten. So, ein bisschen was haben wir von dem Spiel schon gelernt. Weil da ist irgendwie Strom. Und, äh, ja. Oh, Tür aufgemacht, Schlüssel gefunden. Ja, wir kennen es nicht. Und nur hier. Clicker Heroes. Natürlich. Wir stellen Strom ab, aber das Licht ist noch da. Joa. Schwör, wenn jetzt wieder irgendeine Scheiße von der Seite kommt. Leck mich. So. Ah, hier sind die Toiletten. Da kommen wir natürlich nicht rein. Wäre ja langweilig. Diese Toilette. Diese Toilette. Wir nehmen leichten Abstand. Was haben wir hier alles? E-Key? Ein Ma- Ein Master Key wäre schön gewesen, aber wir kriegen noch einen Zone B. Ja. Äh, für ein Rattoral. Ja, wieso denn zu einem Rattoral? Ja, wo ist denn das Rattoral? Wo müssen wir denn jetzt hin? Ist das Zone B? Nein, hier kommen wir nicht durch. Wo ist denn Zone B? Lauf wir hier russ, lauf wir hier russ, lauf wir hier russ. Wo ist denn Zone B? Von da sind wir gekommen. Ist das Zone B? Steht das dran? Tür auf. Guten Tag. Kommen wir jetzt eigentlich wieder zurück? Na ja. Oh. Krieg ich schon schreckt, wenn ich hier ne Tür aufmache. So, also hier geht's nicht lang. Gut. Ich mag mal. Jo. Hier steht irgend so ne lustige Story. Von irgendwen, der hier im Krankenhaus war. Och nö. Ö. Na, die kommen nicht raus. Was für ein Glück. Was, wenn ein Geist nicht durch die Wand gehen kann. Ein roter Punkt. Na komm, jetzt passiert doch irgendeine Scheiße. Oder auch nicht. Geht's nicht weiter? Da vorne auch nicht. Oh, es brummt so hässlich, es brummt so hässlich, es brummt so hässlich. Gibt's hier hinten denn noch irgendwas? Oh, es kommt wieder diese gruselige Musik, die ich nicht leiden kann. So, hier geht's nicht weiter, sehr gut. Ich will trotzdem diese Tür aufmachen. Hallo? Guck mal nirgendwo rein. Ich mag nicht, wenn Türen von alleine aufgehen. Bestimmt ne Automatiktür. Ah, sieht aus wie der Schwein, den wir nicht leiden können. Da kommen wir nicht ran. Hier liegt ein Blatt Papier. Es kommt wenigstens keine gruselige Musik mehr. So, und jetzt, äh... Jetzt, äh, brauchen wir ne Kerze. Ja toll, wo kriegen wir die her? Wir können ja keine Tür aufmachen. Da liegt dann noch irgendwas Schönes? Können wir da nicht noch irgendwas mitnehmen? Oh ja, da liegt ein Schlüssel. Da ist ja wieder der Master Key. Oh, ha, 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 ha. Jetzt aber, und weh, die Tür geht nicht auf. Ich bin jetzt hier rein. Oh, ha, 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 ha. Muss man hier immer so ne Bilder verlegen. Oh, ha, 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 ha. Was war das? War das jetzt ne Kerze? Aussehen. Wie so ein überbenutzter Dildo. Äh, ja, da kommt man irgendwo ein Blick. Ah. Tür zu. Sieht ja. Beruhig mal. Ich muss mich das immer so erschrecken. Es ist immer furchtbar. Es ist immer... Und jetzt? Kann ich diese Tür zu machen? Sehr gut. Ich soll mich da hinsetzen. oder ... Nein. Ich setze mich nicht hin. Ich will mich da nicht hin setzen. Ja, wir setzen uns da hin. Ja. Och, nö. Hey, Zeit für Popcorn! Ach, ich habe keinen Star. Das ist aber ärgerlich. Jetzt passiert wieder irgendeine Scheiß. ... hey ich habe hier eine zahnbürste mit virtual reality wäre das jetzt wieder auch komm schon ich kann da nicht hingucken ich will gar nicht wissen was passiert das ist krank ich kann da nicht hingucken irgendwas springt jetzt von der seite habe ich keinen bock drauf es ist nur ein pc ich gucke mir gerade nur ein film an ja ist ja gut ich gucke nicht nach rechts ich gucke nicht nach rechts ich gucke nicht nach rechts ich will es nicht wissen interessiert mich nicht gleich steht irgendwas vor mir 5 euro da werde ich drauf da brauche ich gar nicht wetten das weiß ich irgend so eine scheiße passiert wer beschwört auch schon ein ritual wäre so dämlich ja verschwinden so eine gesichtslose neger wir können uns wieder bewegen sehr gut ich will hier raus musik ist weg wo müssen wir eigentlich lang die gruselschocknummer ist vorbei wo müssen wir jetzt lang wer sind sie killt er mich jetzt ich glaube ich sollte mal ein bisschen lockt kaufen ich hatte dich gott verdammt mira wie du mich geflucht hast hier mit diesem spiel ich hatte ich bin ah jetzt sind wir bei der anderen wieder ich bin einfach panische musik und ist das laut ich will nur noch hier durch ich bin einfach nur weg rient ihr so besoffener luftsbäuch hinterher schwarzer bildschirm es geht ja noch weiter es hilft kein noch eins hälfte schaffe ich noch mal her aber dann kommt tut wie nur haben fangen mich mal Hey, blaues Licht. Was macht es? Das ist leuchtet blau. Da geh ich nicht lang. Ist mir irgendwie zu gruselig und zu hell. Zu offensichtlich. Achso, ich soll den Flur durchsuchen. Ja, na klar, machen wir doch gern. Denk mich doch. Ich will hier weg. Das war ganz schnell. Und es rappelt hier überall. Ich bin nicht da. Na? Hallo, wer ist es? Kannst du rauskommen? Wir müssen sprechen. Nein, ich gehe nicht. Bitte kommen. Nein. Ich bin sorry. Nein, ich gehe nicht. Aria, warte. Alter, wie kann man nur so auf Crack sein? Das ist so unglaublich. Geht die Tür jetzt auf? Komm ich jetzt hier irgendwo weiter? Wo geht sie denn hier weiter? Die Tür geht nicht auf. Ja, dann halt nicht. Was war das? Ach, jetzt ist die Tür auf. Ja, verarschen kann ich mich alleine. Wer weint denn hier? Wir machen erstmal ganz gemütlich die Tür hinter einem zu. Ja. Nicht schlecht. Popmasche aus dem Buchen. Erinnert so ein bisschen, ne? Grundergisst. Und dann? Wenn jetzt hier eine von euch aufsteht, ne? Haben wir ihn nicht mehr lieb. So. Schön da liegen bleiben. Ganz entspannt bleiben. Dann legen wir jetzt die Tür. Ganz vorsichtig und langsam. Gleich müssen wir bestimmt wieder laufen. Jetzt ist irgendeine Tür aufgegangen. Und ich weiß nicht welche. Och nö. Und dann? Guck mal, da steht sie. Hey! Wir gehen vor und wieder zurück. Aria, komm zurück! Ich weiß, dass viele schreckliche Leute hier sind. Lass uns hier auskommen! Oh, schönen guten Tag, der Freistaat bei dir! Kennt ihr die Szene aus Big Bang Fury, wo Sheldon da, äh, hier, ähm, Professor Hawking angeruft, hier? Genauso fühl ich mich auch gealter. Da ist er Raya wieder grüß dich, dicke Geule. Irgendwärts hätte ich immer noch einen Finger. Jetzt bleib doch mal stehen, wo willst du denn hin? Wo ist er denn? Wir gehen an allen Türen vorbei. Kommen wir hier rein. Rennen in den Club. Oh, das sieht gut aus. Das ist schön hier. Wir sehen niemanden. Gehen wir da jetzt rein? Och, ich weiß nicht. Da liegt ein Buch. Lesen wir doch dieses Buch. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Ich fühle mich, dass es eine andere Person in meinem Kopf gibt. Es ist wie... es ist wie sie versuchen, rauszukommen. So viel Hade und Angst. Ich habe heute schon mal Marissa geholfen. Marissa, ich will euch wissen, dass diese Person nicht ich war. Okay. Och, nö. Und schon wieder sind wir an diesem Schuhlügel fesselt. Das ist doch langweilig. Jetzt kann ich wieder nicht weg. Ah! Irgendeiner hält mich fest. Ich habe hier ein Puncher-Handy links und links. Na, wer hat sich denn da die Fingernägel nicht gemacht? Ach, jetzt sitzen wir wieder hier. Marissa? Marissa? Das ist ja... Das ist ja scheiße. Ich mag nicht hinten gucken. Warte mal. Wie viel fehlt beim Popcorn? Schluck... Schluck Cola können wir ja ertrinken zwischendurch. Ah, herrlich. Albehe, jetzt erscheint was, Junge. Ich verschluck mich hier. Verreckt, Junge. Mal Marissa spielen. Ganz toll. Ach, nee. Also so eine Virtual Reality-Welle kann ich hier nicht so empfehlen. Es sei denn jetzt... Hör doch mal auf damit! Immer das Randalieren. Überleg mal. Deswegen lohnt es sich nicht zu Hause aufzuräumen. Wenn dann wirklich mal ein Poltergeist da ist, ist es vorbei. Ist da wer an der Tür? Der ist doch wer an der Tür. Kommen Sie doch ruhig rein. Sie ist wieder weg. Das ist gut. Jetzt kommt irgendwas von vorne. Kann ich nicht nach unten gucken? Ich will nicht. Ich will da nicht hingucken. Och, Mann ey. Ja. Hau ab. Oh, Mann. Mein Gott. Ja. Habt ihr schon mal übrigens irgendwas gehört von Geistern auf den Malediven? Komischerweise. Auf den schönen Orten. Da gibt's die Leute nicht. Da sind keine Geister. Keine Poltergeister. M-m. Auf den Malediven ist alles schön. Ne? Diese kleinen Südseeinseln. Da ist alles toll. Oh, jetzt hau doch mal ab hier. Das ist doch furchtbar. Eine Frage. Da müssen wir dann jetzt ja lang. Ich komme aus Sachsen. Wir machen einfach diese Tür wieder zu. Und rennen einfach weg. Müssen wir da lang? Da liegt auch noch ein Buch. Och, nö. Nö, 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 nö. Nicht nochmal. So dämlich sind wir nicht. Wir haben die Flur durchsucht. Wo müssen wir jetzt lang? Es gibt keinen Weg zurück. Weißt du noch, wie es früher war? Kinder zeigten. Ich habe mich verlaufen, übrigens. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Ich glaube, von da bin ich gekommen. Muss ich jetzt hier lang? Jetzt besteht wieder irgend so eine Scheiße. Safe game. Ja. Schluss. Feierabend. Time out. Ich mache eine Pause. Und ich überlebe das sonst nicht. Einmal die Woche, ja. Aber mehr ist einfach nicht drin. Sie schafft einfach nicht mehr. Es tut mir leid. So. Bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir diese Tür auf. Und dann passiert wieder irgendeine Scheiße.